Ja, es läuft noch nicht so richtig gut unter Steffen Baumgart. Acht Spiele hat die Mannschaft unter ihm bestritten. Elf Punkte geholt bedeutet, der Rückstand auf den Relegationsaufstiegsplatz beträgt sechs Zähler. Da werden auch die Kinderfragen ein bisschen kritischer. Heute geht es auf jeden Fall zur abstiegsbedrohten Eintracht aus Braunschweig. Und dort kommt es zu einem Wiedersehen unter Freunden Stefan Schiffner. Das nehmen wir jetzt gerne mit. Wir machen jetzt aber nicht nach hinten schauen und auch nicht nach vorne. Zumindest heute nicht, weil, wie gesagt, das habe ich jetzt in diesen Wochen gelernt, wo ich hier bin. Zu viel reden ist nicht gut. Vielleicht wurde ein bisschen zu sehr alles zu rosig gesehen in den letzten Wochen. Wir haben heute viel von dem, was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, nicht so auf den Platz bekommen. Und der HSV hat auch mal gezeigt, was er kann. 4 zu 0 gewonnen, höchster Saisonsieg. Und damit ist er auch wieder auf drei Punkte daran am Relegationsaufstiegsplatz.